Hallo, ich bin wieder hier Julia und ich mache wieder ein Video für Harry Rottig. Wir fahren jetzt gerade zum Aussichtspunkt und wir sind gerade in einem Wald. Wir sind auf 1.244 Meter hoch Julia und hier ist alles grün, eine Straße durch den Wald und wir fahren zu Iradua de Armband. Da wollen wir sehen, was wir da haben. Ja, lieber Harry Rottig, das Video mache ich ja für dich jetzt. Wir sind in La Gomera und das ist ein toller Aussichtspunkt, den man hier gebaut hat. Und zwar da ist die Julia mit ihrer Mutter. Da sind wir hierher gefahren, das heißt Mirador de Abrante, La Gomera. Ja, toller Platz, meine Güte, das ist ja sensationell. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir sind vom Hotel also etwa 45 Minuten gefahren. Sehr kurvenreich die Strecke, aber dann inmitten von einem Waldgebiet oder Bar Gé National. Sehr, sehr schön. Ja, toll. Jetzt gehen wir mal da rein, schauen wir mal. Hier gibt es ein schönes paar Bilder, was die gemacht haben. Alles sehr schön versorgen. Und da sind die Mädels. Hallo. 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 Das ist ja sensationell. Guck mal da unten. Klasse, echt. Ah, da kann man nach unten gucken. Ah, ich habe Angst. So müsste man ein Apartment bauen, ne? Ja, ja. Schlafzimmer, Ausblick. Wow. Alles ganz klar. Guck mal die Straße da unten an, wie die so Serpentinenform von unten nach vorne. Und da ist ein Tunnel, also irgendwie kommt man da unten an. Da ist ein Tunnel. Ja, ja. Das ist wahrscheinend. So schön. Ja. 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 Super. Da fahren wir jetzt rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020